ja hallo liebe leute es ist wieder soweit neue neue woche neuer montag neues faction focus oder neuer faction focus heute sind die jungs von cadia am start nicht nur cadia sondern auch krieg und alle anderen astra militarium cadia wohl überhaupt nicht mehr im sinne des fluffs aber der hammer des imperators kriegt natürlich auch neue regeln das war mein telefon verzeihung geht gleich mal auf stumm die kiste ja der hammer des imperators kriegt neue regeln natürlich auch wie alle anderen ich bin wirklich gespannt ich lese es jetzt mit euch zum ersten mal wie die vehicle aussehen ob wir data sheets gleich sehen ich gehe davon aus die toughness geht da generell hoch im board die ap wird weniger ist sind eigentlich zwei grundsätze für die jungs des hammers des imperators und mädels also die 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 astra militarium profitieren grundlegend erstmal würde ich behaupten von diesen allgemein spieländerungen und hier steht jetzt natürlich auch dass mit der neuen tyraniden investition mit der neuen tyraniden invasion die das astra militarium mit dem rücken zur wand steht die imperial guard imperiale guard wie sie früher hieß ja synergy is the name of the game und so wird es auch bleiben und es gibt natürlich dann die officer die weiterhin die gruppen mit ich sag jetzt mal voices of command versorgen sprich die befehle verteilen und ähnlich wird das mit artillerie und tanks auch sehen ja hier steht es auch noch mal across the board vehicle boost und toughness bin gespannt wo ein bainblade oder rogel dawn landet rogel dawn hat ja schon einen mehr als als gleeman russes kommen wir aber erst mal zum thema armeeregel das ist ja erst mal das wichtigste um überhaupt einen eindruck zu bekommen wie es aussehen könnte auch wenn die astra kollegen natürlich ein bisschen expanden sind das heißt sie sind erschwinglicher und das fleisch und blut wird ja quasi wie bei krieg schon geklont insofern sind genug leute da aber die müssen natürlich mit offizieren und auch mit kommandos versorgt werden und dafür sind die officer da und die voice of command armeeregel gibt diesem battle tested tacticians quasi sechs spezialisierte order also kommandos befehle die einem erlauben die ganze armee so ein bisschen zu mikromanagen wichtig hier und ich fange jetzt mal gucken wir mal was hier noch so steht ja voice of command wenn die armee eine astra militarium armee ist ist klar kann man in der kommandophase oder können officer modelle der kommandophase mit dieser ability orders befehle verteilen jeder jedes officer datasheet wird dabei spezifisch sagen also da wird es wahrscheinlich officer voice of command x geben und das datasheet verrät uns dann quasi wie viele befehle da verteilt werden können und jedes mal wenn officer eine ein kommando oder ein befehl vergibt dann kann man eine der folgenden sechs auswählen zu einer einheit die eligible ist was das heißt sehen wir wahrscheinlich gleich und in sechs soll zu dem officer steht das heißt wenn ich den officer wohl anschließe an den trupp heißt es noch lange nichts ich kann trotzdem wohl auf trupps die in sechs soll sind dieses kommando geben und ja bis zur nächsten kommandophase bis zum start deiner nächsten kommandophase das ist wichtig ist es so dass die einheit sozusagen unter diesem befehl steht wenn außer es ist halt anders beschrieben kann einer kann eine einheit nur von einem befehl zugleich profitieren außer es ist anders beschrieben natürlich jede order jeden befehl den man quasi anschließend ausspricht nach dem befehl den man schon gesprochen hat auf dieser einheit würde sozusagen den alten befehl überschreiben und am ende des tages ist es so dass wenn man einen battleshock test macht oder wenn eine armee einheit einheit deiner armee die unter einem order steht unter einem befehl steht battleshock test fällt also dass die sozusagen davon betroffen wird dann ist es so dass dieser befehl verfällt das ist natürlich richtig cool ähm ja mein gott frag ich mich grad wie das ist ähm beim normalen battleshock guckt man ja äh wegen den verlusten das findet aber erst in der eigenen kommandophase statt weil es gibt ja keine moralphase mehr es ist natürlich dann ähm wenn die armee battleshock test for ähm forciert wie tyraniden oder wahrscheinlich kann zlanisch das dann auch oder nightlords wie auch immer dann würden diese order sozusagen schon vorher verfallen andernfalls ist der battleshock test ja im normalfall wenn wir von der moral sprechen nach verlusten eh erst in der kommandophase und der befehl wäre dann eh weg kommen wir jetzt mal zu den sechs verdächtigen hier wir kennen move 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 plus drei zoll zu den bewegungscharakteristiken dieser einheit dann gibt es natürlich fix bayonet dass der weapon skill von nahkampfwaffen bei den modellen in der einheit um eins verbessert wird take aim bedeutet sozusagen dass man die ballistische fähigkeit von fernkampfwaffen die diese einheit ähm ausgerüstet hat verbessert wird um eins dann gibt es first rank fire second rank fire also erste reihe zweite reihe heißt im endeffekt dass die rapid fire charakteristika um eins erhöht wird sozusagen wenn da jetzt steht äh rapid fire 1 dann haben sie halt zwei schuss auf halbe reichweite das würde dann erhöht werden auf rapid fire 2 würde bedeuten vier schuss auf halbe reichweite oder wenn da schon rapid fire 2 hat wäre rapid fire 3 der tenor und auf halbe reichweite somit sechs schuss ähm als beispiel genannt dann gibt es als nummero cinco take cover also nummer fünf ist take cover bedeutet im endeffekt dass die safe charakteristika von modellen in der einheit um eins verbessert werden auch hier sehen wir und das haben wir ja vorher schon bei den terminatoren gesehen oder es wurde ja schon vorher announced das ist wo schluss sein soll mit nuller hosen und co hier steht dann extra noch mit bei das kann eins ein normaler safe kann nie besser als nur drei plus sein finde ich auch gut so und dann haben wir als aller allerletztes haben wir duty and honor das ist sozusagen pflicht und ehre ja leadership und objective control charakteristika von modellen in der einheit werden um eins erhöht das stark also die betitelungen sozusagen kennen wir schon move 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 take aim und fix bayonet etc pp gibt es ja schon etwas länger diese begriffe jetzt halt mit diesen orders sind relativ intuitiv kann man sich auch glaube ich relativ leicht merken und ja schauen wir mal was hier unten steht wie gesagt jetzt muss ich auch mal selber lesen denn ich lese gerade zum ersten mal und übersetze es einfach mal direkt es ist so dass kommandosquads und castellans die infanterie assets also die infanterie ressourcen managen tank commander kann quasi die befestigten also die befestigten nicht die gepanzerten squadrone befehl legen und der solar kann sozusagen befehle auf jeden draufschweißen schmeißen schmeißen ist auch okay er ist quasi für jede spielsituation ist wohl ein passendes order dabei würde ich jetzt auch mal auch so sagen und man soll nur aufpassen dass man quasi jetzt keine keine squads nimmt die eh kurz vorm kollabieren sind und wenn man in den battleshock fällt dann ist es auch wasted genau es scheint so dass die sachen sind ja sozusagen so formuliert dass diese orders weder auf infanterie noch auf fahrzeuge abgeändert sind das heißt ich kann es für alles benutzen ich verstehe es jetzt so dass der tank commander genau diese befehle kann wie der normal offizier und der lord solar und dann ist es halt der panzer kriegt halt einen besseren save oder im endeffekt der sentinel kriegt einen besseren save oder kriegt einen besseren ballistischen skill oder 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 also sechs orders für alle sachen dann gibt es noch eine unit spotlight und das ist der normale guardsman im endeffekt der das astra militarium die imperiale garde am leben hält oder die kaynian shock troops wie man sie jetzt kennt ist es so dass die natürlich immer die linie halten und es gibt eine shock troops ability um sichere und wichtige nicht sichere sondern wichtige vitale objectives vital ähm jetzt rede ich ja quatsch um sichere wertvolle objektive zu halten bevor man dann in den wirklichen assault reingeht ähnliche fähigkeiten kann man in courtrooms von unterschiedlichen fraktionen sehen dass man ähm quasi an die ressourcen seiner an die restressourcen die man noch in der armee hat die jetzt keine courtrooms sind dafür verwenden kann den kampf zum gegner zu bringen gucken wir uns mal die kaynian shock troops im detail an ich hoffe man sieht das ich gehe jetzt mal hier ein bisschen ran ist fast ein bisschen klein so für alle zehn modelle dieser einheit kann zwei shock trooper quasi ein flamer grenade launcher melter gun plasma gun nehmen ähm das ist aber jetzt schon die ausrüstung das heißt für zehn modelle gibt es ein vox caster die less gun kann dann in dem fall nicht äh replaced werden die ähm alle shock trooper sergeant können die less pistole mit einer bolt pistole auswechseln und ähm jegliche nummer anzahl an an shock trooper sergeant kann quasi die less pistol und das chainsword mit einer drum fed auto gun und einer close combat weapon ähm ausbessern oder verändern und hier steht weiter drunter mit einem sternchen ähm auf den auf den ersten bullet point hier in der liste man kann quasi ähm die waffe nur einmal nehmen außer die einheit zählt 20 modelle das heißt in dem fall kann man keine waffe mehr als zwei mal nehmen also ich kann jetzt nicht vier flamer reinpacken sondern ich müsste mich dann bei zehn modellen wenn ich zwei auswechseln will für zwei aus dieser vierer liste entscheiden und wenn ich 20 modelle habe kann ich theoretisch zweimal die gleiche waffe drin haben zur einheiten composition also zusammensetzung können wir sagen dass es ein shock trooper sergeant ist neun shock troopers oder zwei shock trooper sergeant und 18 shock troopers das finde ich gut zwei sergeants quasi ähm jeder shock trooper sergeant hat eine less pistol und einen chainsword und normalerweise hat jeder shock trooper im endeffekt eine less gun und eine close combat weapon die ist auch nicht definiert als schwert sonstwas oder wie auch immer einfach eine close combat weapon und es steht dabei dass diese einheit bis zu zwei leader attached haben kann ähm vorausgesetzt es ist kein command squad unit dabei weil der command squad wird dann wahrscheinlich auch das leader keyword haben und wenn das so sein sollte ähm ist es so dass wenn die einheit zerstört wird die leader wieder separate units werden ähm die die standard start stärke besitzen zum profil der cadian shock troopers sechs movement toughness drei zu erwarten fünf war safe eine wunde leadership sieben okay ähm ich denke mal der leadership wert aber erstmal weiter objective control 2 ich denke mal der leadership wert an sich ist relativ breit gesunken aufgrund dessen dass wir wahrscheinlich viele charaktere sehen werden die dann den leadership ich gehe mal davon aus das ist eine reine mutmaßung leadership wert wieder buffen aber sieben ist für guardsmen gar nicht so verkehrt ne okay in shock troopers ja wir sehen jetzt noch mal die waffenpiss profile da gehe ich jetzt nicht unbedingt durch ich komme jetzt erstmal auf die abilities zu sprechen shock troopers am ende der kommandophase wenn die einheit an einem objective marker ist dann kontrolliere ich diesen objective marker selbst wenn ich runter renne will heißen ähm die shock troopers machen diesen marker wie wir es jetzt in dieser edition nennen sozusagen sticky bis ein objekt ein ein gegner wieder drauf sind also das was die space marines jetzt gerade mit ihren obsek respektive troops haben bekommt astra dann auch dazu für die shock troops finde ich auch ganz cool eigentlich war die abilities ja vox caster ist im endeffekt eine fähigkeit die ähm kann ich wenn ich ein strata geben auf eine einheit anwende rolle ich einen d6 addiere plus ein zu diesem ergebnis was dann kommt wenn dann offizier modell in 6 zoll ist auf dem 5 plus bekomme ich ein cb cp aber das klingt doch nach was was man immer dabei haben will oder ansonsten sehen wir hier irgendwas neues es gibt die plasma gun das trifft alles auf die vier bei astra äh grenade launcher haben wir flamer haben wir ignores cover torrent ist die neue flamer regel die less gun hat rapid fire 1 stärke 3 kein ap ist alles ohne ap außer der grenade launcher crack und die plasma gun mit minus 2 minus 3 und die melter gun natürlich mit minus 4 und d6 schaden so melee weapons es gibt das chainsword für drei attacken auf die vier stärke 3 und das war es eigentlich schon ja unten zu den keywords battle line imperium grenades regiment platoon cadian cadian shock troops infanterie und ähm hier das haben wir natürlich schon bemerkt weil wir sind ja keen eyed commanders 10 oder 20 modelle und dann ist man äh nicht alleine katachanische dschungelkämpfer death cops of krieg und klassische infanterie squads können alle die grundanzahl ihrer modelle verdoppeln und ähm jeder von den ordern kann dann quasi doppelt so viel jeder von den befehlen kann doppelt so viele modelle erreichen wie als wenn nur 10 drin sind das ist ja mathematik und logik würde ich behaupten gut was haben wir noch den bain blade das ist ähm natürlich ein legendäres eine legendärische legendärische eine legendäre titanische kriegsmaschine und das kriegt jetzt nochmal upgraded durability also verbesserte standfestigkeit und jetzt bin ich mal wirklich gespannt was da kommt es gibt eine rolling fortress ability das ist in ein mobiles piece of cover verwandelt bain blade movement 9 toughness 13 hätte ich fast mit mehr gerechnet zweier hose 24 wurden leadership 7 objective control wert 8 deadly demise d6 plus 2 er explodiert also einfach mal mit überhaupt d6 plus 2 wunden rolling fortress als ability heißt quasi jedes mal wenn eine fernkampfattacke zu einer astra militarium modell also unabhängig von infanterie oder nicht von dieser armee also wenn ein modell nicht voll sichtbar ist für den gegner weil er hinter diesem bain blade steht und das ist egal ob das ein scout ist oder redlings oder ein sentinel oder was auch immer eigentlich auch ein anderer panzer weil es ist ein astra militarium model dann kriegt dieses modell das benefit of cover gegen das attack müsste man jetzt nochmal gucken ob vehicle auch benefit of cover bekommen können aber ja es ist any astra militarium einheit ziemlich coole regel sobald es also ein bisschen verdeckt ist dann gibt es ein cover wurf obendrauf also nicht ein cover wurf wie bei horocerosie sondern einfach ein cover bonus das bracket ist acht bis eins wunden die noch verfügbar sind dann gibt es ein minus vier vom objective control wert das haben wir auch vorher schon gesehen und ein minus eins zu hit kommen wir mal zu den waffen oder keywords vielleicht zuerst titanic imperium smoke und bain blade und vehicle natürlich smoke wird das smoke screen keyword mit sicherheit mit sicherheit enable was es dann für alle armeen denke ich mal geben wird bain blade canon 72 zoll 3d6 trifft alles erstmal auf die vier stärke zwölf minus zwei drei flat ist glaube ich cool ist ganz gut koaktiale autokanone 48 zoll zwei schuss stärke neun minus eins drei demolisher cannon blast d6 plus drei schuss 24 zoll stärke 14 ist nett minus drei d6 schaden heavy stubber rapid fire 3 bei drei attacken stärke vier ist okay lässt kennen das ist interessant ein schuss auf die vier stärke zwölf minus drei d6 plus eins also mindestens zwei schaden twin heavy bolter mit sustained hits 1 sehen wir hier jetzt gerade das müssten explodierende sechsten sein glaube ich ne ich vergesse es jedes mal ich musste echt reinkommen drei attacken auf die vier stärke fünf minus eins zwei fast unverändert und der twin heavy flamer ist twin link das heißt wir wiederholen die wunden bei dem guten stück stärke fünf minus eins ein ja der hat nicht an stärke gewonnen witzigerweise der hat glaube ich jetzt eigentlich schon stärke fünf der heavy flamer insofern ist der tatsächlich schlechter geworden wenn alles mehr taffen das bekommt armor tracks auch mit sechs attacken stärke acht einschaden ja bin gespannt was der an punkten kostet hätte mich jetzt eher interessiert was der roald dawn oder co bekommt aber das rolling fort ist natürlich auch ganz nett weapons weapon spotlight ist so dass battle cannons haben jetzt die sechs plus drei schuss 48 zoll treffen auf die vier stärke zehn minus eins nur in ap und drei flat damage sind natürlich mindestens vier schuss das ist gut es ist blast und ja wie gesagt im gesamten kontext ist immer schwierig das zu sehen wenn man jetzt nicht weiß wie der liman rust aussieht wie der liman rust commander ist wie wurden sie das bei den commandern steht dann da irgendwie commander kriegt plus eins auf alle seine ballistik ballistik skills oder wie funktioniert das ich kann es mir nicht vorstellen wäre schön gewesen das zu sehen wie ein liman rust commander aussieht aber das werden wir sicherlich auch noch zeitnah dann ist jetzt glaube ich auch gleich schon ende ne wir haben noch eine waffe und ein stratagemen gucken wir uns das mal an die vulkaner kennen kennen wir vom shadow sword das ist quasi war immer schon tankkiller ist jetzt wahrscheinlich auch so vulkaner kann das blast und heavy witzigerweise liman rust steht nicht heavy hinter okay 96 zoll braucht man immer mal ne ist klar von hier bis meppen quasi in kilometern dort die drei plus einschuss auf die vier stärke 24 ganz normaler tag ap minus fünf geht dann auch durch alles durch und damage einfach mal flat 12 ähm ja solide flat 12 damage klingt witzig ein bisschen klingt es so wie die rail rifle als sie announced wurde nicht ganz so hart aber ist natürlich wie gesagt muss man mal gucken wie das chassis dann dazu aussieht und was dann noch möglich ist das ding zu pushen dass es besser als auf 4 trifft außer die orders und so weiter und so fort stratagem spotlight ähm es gibt natürlich immer noch massenhaft konskripte konskripte und ähm commander die ein kombiniertes regiments detachment ähm führen können sozusagen frische reinforcements also verstärkungen beantragen um es mal im deutschen jargon zu sagen per fax natürlich und dann kriegen wir für zwei cp reinforcements in any phase das ist schon mal cool also es sei kommandophase ähm ja jede phase quasi alles was geht man kann als ziel dieses stratagames ein regiment eine regiments einheit von der armee das gerade zerstört wird wählen was just destroyed jetzt ist natürlich die definition von just also wahrscheinlich ähm äh in der runde wo es zerstört wird das heißt kommandophase fällt raus ich korrigiere wenn mein oder wenn sie im battleshock test zerstört wird das sollte nicht mehr gehen ne also wenn sie zerstört wird wie auch immer in der phase wo sie zerstört wird das dann any phase sozusagen kann man diese stratagem benutzen ähm man kann tatsächlich eine tote einheit hier selekten sozusagen und dann kriegt man man edit sozusagen also man kriegt eine neue einheit der armee die identisch mit der es die zerstört wurde in strategische reserve wird die gepackt mit voller startstärke mit allen wunden und äh dann kann sie natürlich gemäß der normalen regeln in der im step der strategischen reserve auch wieder ankommen ähm es kann nicht benutzt werden um zerstörte charaktere wieder zu einheiten hinzuzufügen dem sie angeschlossen waren das heißt wenn jetzt mal eine komplette einheit zerstört wird wo ein offizier drin war dann kriege ich nur die einheit zurück und nicht den offizier ja das ist lecker ähm erinnert mich so ein bisschen an slanesh gegen grey knights wenn man stirbt kann ich es für zwei cp wiederholen und jetzt fragen wir uns natürlich im zuge dessen was denn alles ein regiments keyword hat dann natürlich wird hier gesagt die core infanterie die heavy weapon squads die field ordnance batteries dann die elite wie tempest of scions oder rough riders und sentinel teams ähm spricht im endeffekt ähm fast alles außer panzer gefühlt äh bulgrin stand da jetzt nicht mit bei wäre auch wahrscheinlich zu albern und ähm ja dann gibt es noch weiter vom design studio das ist mit der combined regiment detachment ähm gibt das astra militarium force generiert wird die quasi alle all human courage zusammenwirft und ähm ja dann steht hier man hat das born soldiers detachment rule was dann lethal hits on range attack macht bei remain stationary units also einheiten die stationär geblieben sind werden wohl mit born soldiers detachment dann ähm lethal hits machen das müssten sechsen two hits in auto wound sein das ist natürlich bei einer gewissen anzahl an schuss echt lecker und die enhancement die man den charakteren geben kann kann man quasi weiter rein machen ob sie man ob man die dann als squirrel commander spielt dass man die critical hits auf fünfen statt sechsen macht oder die death mask von oleanos ähm die den kontroll charakteristik des ähm der bearers unit also der angeschlossenen einheit sozusagen um einen verbessert wenn sie battleshock gewährt sind äh anstatt null das heißt die haben ja wenn ich 20 katiana habe die haben normalerweise oc2 wenn sie im battleshock fällen wahrscheinlich dann irgendwie null und hiermit kann ich das äh bei einem belassen das ist auch gut und ja dann hat man noch ein paar flexible stratageums wie es jetzt bei allen so ist wie gesagt wollte ich das ist da glaube ich ein ganz guter blueprint und anscheinend soll es eine well rounded fighting machine sein ich hoffe eher sie ist well balanced als well rounded aber das werden wir sehen und als nächstes sollen ja wohl ähm müssen wir mal gucken was als nächstes kommt ich muss den plan nochmal raussuchen aber auf jeden fall joa checkt das mal aus ich hab jetzt auch äh das dokument war vorher nur privat ähm ich hab das dokument jetzt nochmal äh in den discord gepackt wo die keywords mit drinstehen kommt gerne rein guckt euch die playlist an und äh lasst mal hier in den kommentaren eure meinung zum astra was haltet ihr davon cool oder uncool wenn man das noch sagt in diesem sinne hammer des imperators ich log mich aus und bin gespannt was morgen kommt ja